Musik Ich begrüße Sie recht herzlich zum Programm des Oder-Spree-Fernsehens. Was gibt es heute beim OSF? Alles so zu sehen und zu erleben. Und viele Informationen natürlich gleich, die Nachrichten, die aktuellen Meldungen des Tages. Aber zuvor natürlich noch der Hinweis, wir haben noch einen Ratgeber für Sie. Ganz interessant, denn es geht genau in dieser so bescheidenen Zeit um gute Luft. Wir haben nämlich Luftreiniger getestet, besser gesagt die Stiftung Bahntest. Dann haben wir natürlich am heutigen Tag auch Kino-News-Magazin. Also das Neueste, was es zu sehen gibt in den Kinos. In der Region, zum Beispiel in Frankfurt Oder, im Sinistar. Und wir haben dann natürlich auch noch weitere kurze, kleine Informationen für Sie. Aber jetzt erst einmal die Meldungen des Tages. Wir haben eigentlich was da, die Meldungen des Tagesegang überniveoru.